Yo, was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um einen kostenlosen Skin. Ihr habt schon aus dem Titel gelesen, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sag schon mal so, es wird schon sehr schön, würde ich jetzt sagen. Aber bevor wir mit dem Video komplett loslegen, würde es mich mega freuen, wenn ihr meinen Partner Pico Keys abcheckt. Dort findet ihr jetzt den Bangra Boogie Mode, dauerhaft reduziert. Plus Wildcat Skin haben auch viele nochmal nachgefragt gehabt. Gibt's jetzt auch, aktuell natürlich noch ein bisschen teuer. Aber wir versuchen natürlich das Ganze so günstig wie möglich für euch rauszuhasseln. Aber aktuell ist es so wie es ist, deswegen checkt das Ganze gerne mal aus, schaut da gerne vorbei. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, dass wir genug gequatscht haben, kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema des Videos. Und zwar dem kostenlosen Skin. Also Freunde, ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein. Das meine Freunde ist sozusagen ein kleines Bild gewesen, welches vor einiger Zeit geleakt worden ist. Aber dann schnell wieder aus den Ingame-Files verschwunden ist. Das bedeutet, dieser Skin war sozusagen wirklich tatsächlich da. Aber, also das ist jetzt natürlich nur ein Konzept als Bild, aber das war wirklich da. Aber dann ist wieder aus den Ingame-Dateien verschwunden. Das Ganze ist nun jetzt wieder nicht in den Ingame-Dateien aufgetaucht, aber als Bild vom Fortnite selber. Und zwar haben die ein Bild gepostet, was ihr auch im Thumbnail gesehen habt. Das Ganze war da dann halt gepostet, komplett vermummt. Man wusste also nicht, um wen es geht, aber die haben halt diese Pfeile nach oben, Pfeile nach unten gepostet und eine Spinne. Also wussten wir, dass es Black Widow ist. Und das ganze Ding ist, Freunde, dass auch der Ghost Rider-Skin genauso wie diese nette Dame gepostet worden ist, auch komplett vermummt und man wusste nicht, ob das tatsächlich jetzt ein Skin ist, der in den Shop kommt oder, oder, oder. Auf jeden Fall war es dann am Ende des Tages so, dass der Ghost Rider-Skin dann erst für ein paar Leute kostenlos war, die Top 100 geschafft haben im Turnier. Und anschließend kam das Ganze in den Shop. Mit Black Widow wird dasselbe passieren, mit der neuen Version von ihr. Und zwar haben wir die Möglichkeit, höchstwahrscheinlich beim Black Widow Cup mitzumachen. Das ist natürlich nur eine Vermutung bis jetzt. Aber viele gehen davon aus, dass das Ganze tatsächlich so passiert. Das bedeutet, jetzt demnächst, also ich denke mal Richtung Mittwoch, wird dieses Turnier online gehen. Und dort wird man dann auch ganz normal am Cup teilnehmen können. Es war ja Duo-Freunde oder es gibt auch Trio, ne? Also kommt halt drauf an. Duo kommt jetzt am 11. November. Dann kommt nochmal am 18. nochmal ein Duo, glaube ich. Und am 21. gibt es dann nochmal eine Million Super Cup. Das Ding ist, Freunde, also der 11. November kommt auch ein weiterer, also das ist ja ein geheimer Marvel-Helden-slash-Bösewicht-Cup. Das bedeutet, dort wird ein neuer Skin kommen. Also nicht der Ghost Rider, sondern ein neuer wird dort dann verfügbar sein. Und das wird dann Duo sein. Also kein Trio, sondern das wird Duo sein. Und dort wird es dann auch höchstwahrscheinlich sein, dass die Top 100 oder Top 200 irgendwo in dem Bereich wird dann sozusagen kostenlos für uns verfügbar sein. Wenn wir dieses Turnier halt dementsprechend gewinnen oder eine sehr gute Platzierung erzielen. Und so wird das Ganze funktionieren. Wie das letzte Turnier war, denke ich mal, haben viele mitbekommen. Viele haben auch da mitgemacht, soweit ich gesehen habe. Viele hatten mir gezeigt gehabt über Insta, dass sie jetzt das Outfit bekommen haben und, 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 und. Und das Ganze wird, denke ich mal, ganz lustig. Eure Meinung dazu natürlich vorerst gerne mal unten in den Kommentaren. Aber ansonsten soll das dann aber auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass jetzt der nächste neuer Cup auf uns wartet. Und dass wir natürlich einen Skin kostenlos erhalten werden. Und dann würde ich auch schon aber somit sagen, dass es mit dem Video gewesen sein sollte. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Gerne auch meinen Support-O-Creator-Code, ffpz-Untertitel und T-Eintrag für den Support. Check meinen Partner P-Cookies ab. Ich bin da mal raus und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, geht damit der Flow, euer Fraps und ciao.